Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Ja, wir wollen euch heute noch mal den Zombie-Shooter Survive vorstellen. Den kann man ja auch im Koop-Modus zocken und da gab es ja am Releasetag schon mal ein Video auf meinem Kanal. Da war der Hank dabei und der Firefox. Am Releasetag war das echt kaum spielbar. Ich konnte die Nahkampfwaffen nicht greifen vernünftig oder wegstecken. Sachen auf dem Rucksack holen oder reintun war auch kaum möglich. Waffennachladen war auch so eine Sache. Und ja, jetzt ist ja einige Zeit verstrichen und das wollten wir. Damit ist jetzt nicht mehr Hank und Firefox gemeint, sondern die Sandora und der Hoshi waren jetzt diesmal dabei. Wollten wir das nochmal testen, was sich so alles geändert hat. Und ich muss sagen, es ist richtig, richtig gut geworden. Also die haben massiv an den ganzen Fehlern gearbeitet. Es ist noch nicht perfekt, ist ganz klar. Aber es wird langsam ein wirklich gutes Spiel. Und ja, wer das noch nicht hat, ich finde es lohnenswert da reinzuschauen. Und ja, was wollte ich noch sagen? Genau, die Kanäle von Sandora und Hoshi werde ich in die Beschreibung verlinken. Guckt da bitte auch mal rein in die Kanäle. Die machen auch echt coole Videos. Und ja, ich würde sagen, ich labere hier jetzt nicht viel rum. Viel Spaß beim Gameplay. Bis dann. Am besten packe ich mir noch hier noch so eins. Ich trage schon auf den Knopf, damit er fertig labert. So. Hoshi hat auch einen Feuerlöscher. Ich versuche das auch mal. Ja. Weil das ist echt angenehm. Okay, Leute. Den selben Weg oder da lagen? Ich weiß nicht, was ist denn das dichteste Safehaus jetzt diesmal? Nein, dieses eine Haus brauchen wir jetzt nicht mehr, wo wir gerade waren. Da haben wir ja. Nee, nee. Magazine ist da nicht mehr. Äh, ja. Gehen wir da lang, würde ich sagen, oder? Ja, aber durch den Garten, oder? Was ist da lang? Ja. Achso, ja. Ich weiß nicht, ich könnte auch schießen, aber... Geil. Das ist gut, ne? Hau rechts neben dir. Hau da auch nicht. Jetzt. So. Direkt schon schwer verrundet. Das ist gut. Also wir machen uns auf jeden Fall jetzt, äh, auf dem Weg zum Safehaus, ne? Genau. Hoffentlich kommen wir hier durch. Oh, jetzt müssen wir leise sein. Aber hier... Ich hänge wo fest? Hier kommt... Hier kommt keiner durch. Da ist offen, aber da ist richtig was los, glaube ich. Ja, Leute. Richtig Action. Ja. Oh, hier unten ist der Kriecher? Ja, den Kriecher können wir erst mal lassen, wenn wir jetzt... Aber wir kommen hier nicht... Da kommen wir auf keinen Fall vorbei. Ohne, ohne jetzt wirklich zu kämpfen. Jetzt kippt er um. Meine Güte noch mal. Das Problem ist, ich kann nicht mehr mit meinem linken Auge zielen. Das scheiß Display ist links beschlagen. Oh, das ist blöd. Oh, der kriegt noch, der kriegt noch Leute. Oh. Nicht wenn mir einer vor die Flinte läuft hier, ey. Da müsst ihr echt aufpassen, wenn er so links oder rechts geht. Und schon wieder bespüren. Gibt's doch nicht, ey. Skalieren die Zombies wie hoch bei drei Leuten oder so? Also es war dann doch schon einfacher alleine. Und von Läufer? Ja, gut. Wäre eigentlich auch besser, wenn sie es ein bisschen anpassen würden, ne? So. Das läuft ganz gut. So, wo müssen wir hin? Da können wir da auch rein? Weil da Licht brennt da oben. Aber das heißt nicht, aber dahinter ist, glaube ich, safe aus. Oh, du hast deine Waffe weggeschmissen? Ja, ich habe gesagt, war meine Zweitwaffe. So, gehen wir mal da gucken, was da ist, oder? Vorsicht, Feuerwehr-Typ. Ist down. Alter? Oh, Alter. Oh, da wäre mal genau vor die Flinte gelaufen, weil... Ich habe das schon gesehen, ich wollte mich gerade da herduken. Puh. Okay. Ich habe da auch eine Lampe. Kommen wir da unter durch? Okay. Oh, in dem Haus. In dem Haus ein Gegner. Vorsicht. Oh, da geht aber langsam hier der Griechen. Oh, mein Ding ist weg. Vielleicht gibt es hier... Oh, Vorsicht. An rechts. Von der Seite. Oh, im Kuchen. Nur gesichert. Oh, da ist cool. Wollen wir da teilweise aushalten. Tür zu machen. Ich gehe in die Küche. Macht einer die Tür zu? Vorzimmer gesichert. Ich kriege sie nicht zu, die Tür. Kann jemand herkommen, die Tür zu machen? Krieg sie nicht zu. Aber er geht bei mir auch nicht zu. Okay, Vorsicht. Da kommen welche rein, glaube ich. Küche ist noch nicht safe, glaube ich. Doch, ist safe. Ist meine Waffe? Küche ist safe? Küche ist safe, ja. Aber... Boah. Das hört sich so an, dass die überall hier drin wären. Aber von draußen kommen jetzt welche rein. Ist einer oben schon? Nein. Oben sind auch welche, glaube ich, ne? Ja, ich clear mal oben. Boah, was hat Scheiß du's doch hier? So. Boom. Paul, in dem Raum ist was. Oh! Da unten ist nur was. Ach, nee. Oh. Ich bräuchte mal hier oben Hilfe. Komm, wenn wir Türen öffnen, müssen wir ein bisschen im Team arbeiten, glaube ich. Da steht auf jeden Fall direkt... Ja, da glitscht einer schon durch die Tür. Da muss einer aufmachen und einer schießt dann direkt. Ich mach auf und bin dann weg. Ich seh nix. Ich auch nix. Guckt ihr? Ja. Oh shit, ich bin eher geschossen. Ich auch. Oh, da sind drei. Oh Gott, ich muss... Fall doch um! Das wäre auch definitiv mehr als Psycho-Player, das ist schon mal Fakt. So. Ich muss nachladen. Da ist so einer auf dem Boden. Das ist schon eine coole Atmosphäre, auf jeden Fall im Haus, ne? Ja, sehr coole Atmosphäre, aber da ist noch ein, äh... Soll mal aufmachen? Soll mal aufmachen, ne? Aber es ist ganz wichtig, wenn wir schießen, dass keiner die Position wechselt, ne? Ich, also ich mach jetzt auf und geh nach links, die anderen schießen dann, ja? Ich komm von unten. Okay, scheint hier zu sein, da ist noch einer, da ist noch einer, der linke Seite, der hängt um die Mitte der Tür fest. Ja, ja, einer muss rein, nicht, nicht zwei. Tust du nicht, ne? Kriegt ihr den? Warte mal. Ja, ist ja egal, wenn er, wenn er da festgebackt ist. Oh, da hinten ist noch einer. Boah, der saubere Schuss. Es wäre cool, wenn ich mal Licht hätte. Ich sehe überhaupt nicht, ob ich jetzt ein Magazin noch habe oder nicht, ey. Ja, ich muss auch meine Waffe mal wechseln. Ich komme jetzt mit Licht, aber... So, wo seid ihr? Ich bin noch hier in dem einen Raum. Ich komm, ich komm. Ich kriege meine Waffe nicht nachgeladen. Hast du ein Magazin rausgeschmissen? So, jetzt raus. Rein, ziehen. So, da war er, Geschichte. Oh, hier liegt aber nichts an Munition oder so weit in dem Haus, ne? Hier liegt nur noch eine MP, unten war noch ein Gewehr. Da muss ich doch auch lohnen, wenn man hier reingeht, ey. Kliert man so ein Haus schon? Dann ist hier nichts drin oder noch? Okay, so eine MP schnappe ich mir auf jeden Fall mal. Wo seid ihr jetzt da? Oben, unten? Genau, oben. Aber hier ist nichts. Ich komme jetzt runter. War ja nicht noch einer hinter der Tür irgendwo? Ne, den einen habe ich gekillt, der hinter der Tür war. Achso. Oh, nein. Den Controller will ich nicht. Okay, dann habe ich das noch ein bisschen. Reddart in Lack ja auch nirgendwo, das ist natürlich. Scheiße. Ja, okay, hatte ich ja gar nicht gelohnt, würde ich mal sagen. Ne, so überhaupt nicht. Also, wenn ihr den Feuerlöscher seht, ne? Aber wir hatten, aber wir hatten Action. Achtung, an der Flur. A, um Flur. Sauber. So, wo müssen wir hin? Auf jeden Fall jetzt da. Achso, hier. Also, da ist draußen, glaube ich, noch ein Pool. Da beim Pool irgendwo ist ein Safehaus. Ich habe da hier irgendwo ein Safehaus gesehen eben. Rechts, rechts, rechts. Okay. Da ist es. Genau, das habe ich ja eben schon gesehen. Oh, ohne Kimmecon ist das echt scheiße. Das war ein bisschen... Nee, das war nicht. So, das. Oh, ne, ohne Retard ist das echt extrem kacke. Safehaus. Juhu. So, ich mach mal den Ventilator an. Ich würde ja sagen, das war uns alle mal einsprühen hier jetzt. Wir haben ja jetzt was. Nicht weglaufen, hä? Ich stehe da hier bei dir. So. Dann haben wir das schon mal. Den Duft nur jetzt wieder. So, ist hier noch ein bisschen Kanister. Kann ich den nehmen? Kanister gehen übrigens auch zum Abhalten. Halten halten. Okay. Was ist das rote Magazin hier? Ging das was? Ich glaube Radmunition, aber die kannst du auch nur benutzen, wenn du das Magazin dafür gefunden hast. So, wo müssen wir jetzt lang? Äh, wir können jetzt entweder da die Straße runter oder rechts hoch und dann sofort links die Straße. Dann kommen wir direkt auf das Motel zu, wo wir hin müssen. Ah, okay. Das ist mir jetzt, ist beides schätze ich, scheiße. Oder wir versuchen durch den Garten und beim Hausländer auch durch den Garten zu kommen. Ja, kann man machen. Dann probieren wir mal Garten, Leute. Oder wir rennen endlich durch zum Polizeiwagen und dann zwischen Polizeiwagen und Pkw durch. Kommt, der Läufer. Kommt, der Läufer, der Läufer. Boah, Feuerwehrmann, die stecken einfach ein, die Leute. Okay, ja, du, an der Kreuzung jetzt. Läufer von hinten. Boah, von hinten. Mein Gott. Jetzt haben wir alle alarmiert wieder. Das war damit leise, oder? Oh, die sind langsam. Sollen die nicht laufen? Na, Vorsicht. Oh, shit. Pass auf, die kommen alle mal an. Komm jetzt. Kopf ab. Vorsicht, 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 Vorsicht. Okay. Ich musste gerade nachladen. Ja, hier, Tupac macht noch alle. Boah, ja, ich habe eingesteckt. Gut, ich habe ein bisschen rotes... Rote Sicht. Er kommt ins Haus. Okay, komm, 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 komm. Oh, schnell, 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 ja. Und dann schnell direkt zu. So. Na, geht, geht auch, geht. Oh, ich stelle mal meinen Knister so lange hier ab. So. Ist hier irgendwas. Heilung, Heilung wäre nicht schlecht. Was ist da zur Munition? Ist das nicht meine, leider. Schade. Na, ist für die Diegel. Komm her, hier, Heilung, bleib stehen. Ja. Ding, ding, ding. Ja, ging. Ich gebe einfach mal oben schnell gucken. Oh, jetzt habe ich... Ich habe die weggeschmissen jetzt. Nee. Eine Kopflampe wäre hier nicht schlecht. Ein Bergbauern. Hier ist aber auch noch irgendwas hier oben. Er ist zu. Hier ist noch eine Heildose, falls er eine Leer gehabt hat, und er tauschen will. Ich weiß gar nicht, ob ich meine, ich schon benutzt habe. Doch, ich glaube wohl. Ich probiere einfach mal. Also hier ist nichts. Ja, Deo, hier. So, da ist noch... Die geht nicht auf? Nee. So eingepackt. Da ist aber einer drin. Toll, ich kann mich mal aufschießen. So, lass den. Aufbohren, aufbohren, warte. Probier mal. So, das stimmt. Probierst du? Springt die dann automatisch direkt auf? Weiß ich nicht. Dann müsste... Hoshi, 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 direkt nach rechts. Das war schießen. Nee, geht nicht. Okay. Ja, dann ist das halt so. Kann mich eigentlich schlicht ein- und ausschalten? Habe ich auch, wie es geht nicht. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. So, man kann das da eben mitnehmen. So, wo müssen wir jetzt lang? Weiter nach hier, ne? Rechts, ja. Okay. Hier ist auch ein Loch im Zaun. Nein. Hattet ihr jetzt? War ja natürlich alles voll hier, ne? Warte, wir gehen... Oh, pass auf, da kommt einer gelaufen. Feuer, wir machen Feuer. Jetzt sagen wir gehen hier lang. Die stecken echt so ein. Hölle. So, die normalen kriegen wir ja relativ gut hier mit der Axt. Aber die Abfrage ist nicht immer perfekt. Okay. Und ich sie es nämlich. Okay, versuch mal. Vielleicht hören die auf, uns hinterher zu laufen. Einfach weg. Was ist denn da hinten? Rent Rock? Ah, das Hotel, ne? Das Hotel, ja. Oder Motel. Oh, ich bin zu langsam mit dem... ...Klister an der Hand. Ja, ja, das ist der Blöde. Vorsicht. Hier. Hinter uns kommen auf jeden Fall auch welche. Ich kümmere mich drum. Ah, los, du Militärspark. Kipp doch um, ey. Nein, ich lauf da nicht hin. Ich muss anser sehen, er hat nicht viel Ruhe. Jawoll. Jetzt. Hier um der Ecke steht auch, komm, kommt gleich einer. Boah, die stecken ein, drei Kopfschüsse. Kann auch nicht sein, ne? Läufer, Horschi, bei dir. Oh, Leute, ich muss nachladen. Fuck. Hab ihn gekillt? Sauber, sauber. Pass auf, da unten kraucht einer. Er löst. Horschi, hinter dir? Ja, wenn Sandora weg ist, kann ich schießen. Ah, okay. Kannst mir auch in den Kopf schießen. Links neben dir ist noch einer, da? Ja. Leer. Mann, trefft auch. Ich will nicht. So, können wir uns hier jetzt leise durchkämpfen, oder? Ich glaube, ich muss mich langsam heilen. Oh, da steht auch noch einer. Da kommt ein Läufer, Feuerwehrmann. Ist doch nicht... Ich sag, man kann doch nicht angehen. Üben. Was die aushalten? Fight together. Schmeiß mir mal eben schnell eine Heilung. Sonst bin ich gleich tot. Ja, leise, leise. So. Hier ist nochmal Heilung. Oh, Läufer. Ich sprühe mal alle an, ja. Nur noch. Das ist meine Munition, wie geil. Das will ich nicht. So, okay. Safe. Ist hier noch einer drinne? Nee. Nee. Hört sich so an. Ist hier noch was zu holen? Nee, da war nix mehr. Okay. Gut. Aber angesprüht. Wir haben also... Ja, die Sound sind manchmal komisch. Da hört man echt rechts neben einen direkt was, aber ist gar nix. Ja. Ich zogelst ein bisschen bei mir. Na, Mäuschen. 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 Hast du die noch für die Pistole hier auf dem Boden? Würde ich mir einpacken. Wolltest du jetzt? Nee, ich hab schon. Ich bin voll. Warte mal. Ist das hier ein Stift? Ja. Wir schreiben mal hier. Nein, geht nicht. So. Kanister. So. So, mal gucken, wo ich bin. Müssen wir ins Büro rein? Nee, hier hinten an der Seite ist so ein... Schaltkasten. Und dann sagt er dir, da fehlt was und dann müssen wir wieder woanders hin. Was haltet ihr denn jetzt? Ach, da. Jetzt müssen wir das Kabel von hinten. Ja gut, da wird zwei Elektriker am Start haben. Ja, ne? So, jetzt müssen wir hier wieder raus, ne? War das? Machen wir mal Licht, dass ich meine Waffe ablegen kann. Ja, wir müssen jetzt komplett vorne beim Eingang wieder raus. Dann können wir, ja, ob links oder rechts rum, ist egal. Okay. Ich würde rechts rum. Nehmen wir rechts rum, dann ist es auch an der Ecke ein Safehaus und dann ist er in den Lager. So schwer ist der Kanister nur auch nicht. Ich muss alles runterhalten, aber man muss sich aufhören. Okay. Wir haben einen Nachzimmer. Der ist dann hier vorne aus. Also wieder neu, ist halt klar. Die will nicht. Horsi, pass auf, Horsi. Ich habe schon... So, jetzt aber. Also, ich hasse das, wenn die Zombies reinglitschen und mir die dann nicht mehr abschießen kann. Naja, das ist echt blöd. Okay. Na, bleib ja da hinten. Pool. Ich kann wahrscheinlich umlaufen. Oh, von hinten kommt ein Läufer. Kriegst du den? Ja, ja. Kopf ab, Kopf ab. Läufer. Sandora läuft mir einfach dazwischen. Ich habe mich schon nix mehr geduppt. Ja, hinter der Mauer sind glaube ich einige. Na, hier vorne kommen auch mal bei jetzt, ne? So, auf jeden Fall ein Safe aus. Das ist gut. Oh, oh, da sind zwei fette Zombies. Die richtig einstecken. Läufer. Das könnte jetzt richtig nach hinten losgehen. Nein, Gott, ey. Oh, die... Ja, okay. Scheiße, die haben geschossen. Scheiße, die... Scheiße, die fühlen, ey. Von hier drüben. Vorsicht, Kriecher. Vor dir, direkt. Da kommt auch noch einer von der Seite. Kopf war schon wieder leer, fuck. Ja, was? Kopf war gut. Okay. Juhu. Juhu. So. Ja. Hier, einmal die, oh ich schwitze. Ja, ich auch. Ja, aber nein. Oh, ist leer. Tut mir leid. Oh, fuck. Jetzt müssen wir... Oh, da steht noch einer. Oh, ich komme noch nicht hin. So, jetzt. Jetzt. So. So, wo geht's noch wieder? Ja, ich auch eben. Ja, alles gut. Sauber. Auch Munizio für Pistolen. Ich nehme mal eine von mit. Ich verstehe mit dem Roten nicht. Ja, du brauchst ein Magazin für. So, so ein Heft. Ja, hier liegt da so ein... Achso, okay, okay. Ja, Magazin, Magazin. Also einmal das... Zeitschrift. Also einmal das mit Kugeln. Zeitschrift, sagen wir, ne? Ja. So Bild der Frau, oder so, weißt du? Ja, da steht sowas drin. Ich verwendet nicht Brandmunition. So. So, warum wir das jetzt gar nicht haben? Aber der scheiß Eingang von dem Lagerhaus ist... Ey, warte mal. Oh, scheiße. Wir müssen ja da lagen. Also müssen wir jetzt hier links. Aber wir können aber auch hier geradeaus müssen sowieso dann mehr rechte Seite rein. Weiß nicht, obwohl das sieht aus, ob das da offen ist, wenn die hier hinten durchgehen. Ja, das sieht, glaube ich, gut aus. Boah, ein Arschvoll Zombies. War das dann eine Tonne da, oder was? Ach, du Scheiße. Boah, da kommt ein Läufer. Vorsicht, Vorsicht. Ich würde sagen, ich gehe jetzt zurück. Voll, da ist ganz schön Action. Na, wer weiß, ob wir jetzt überhaupt einen vernünftigen Weg finden, wo nichts los ist. Jetzt müssen wir ein bisschen weniger los. Ja, wäre nicht schlecht. Da ist Licht an, da ist ein Haus, wo wir wieder rein können. Kann das sein? Ja. Ah, zwei Schüsse, zwei Kills. Mann. Kriegst du aber auch nicht kaputt teilweise. Da ist die Halle. Und die Lichter sieht cool aus da drin. Ja. Die Küche ist schon mal safe. Ja, ich würde sagen, wir checken nochmal hier, ne? Scheiße, ich habe wieder geschossen. Wir können ja hier rein. Oh, Läufer. Hoshi, Hoshi. Oh, Leute. Hä? Wo kommt denn? Ich habe meine Lucille wieder gefunden. Moment, Moment. Hier ist ein Katana, hier ist eine Stachelkeule. Alles da, Leute. Wir sterben hier draußen fast. Ich habe noch ein Magazin weggeschmissen, da. Ich brauche auf jeden Fall keine Munizum mehr für mein Gewehr. Ja, hier in der Küche ist ein neues... Hier sind auch neue Gewehre. Oder ein Gewehr. Ein Magazin schnümm ich mir auch dafür. So, was ist das? Laserpointer war da, ne? Mal gucken, die Lucille nehme ich mir mal mit. Na, ich habe auch... Ich habe die richtige Lucille hier. Steht sogar Lucille drauf. Er ist sogar... Ne, ist es nicht. So, da ist nichts weiter, was ich brauche. Ich check mal oben. Ne, ist auch noch... Äh, so. Oh, hier ist noch Spray. Spray ist... Ja, wo bist du? Oh, danke. Ein altes Gewehr tanzt gerade wild vor sich hin. Das ist nicht so schlimm. Oh, hier ist noch... Das, was nicht schießt. Das ist cool. Kein Hüftchen. Ey, das ist doch mal ein schönes Schlaf. Immer schön groß. Braucht jemand noch Munition? Hier ist genug Munition. Ne. Waren im Heißspiel noch da drinnen, dann nehme ich es noch mit. Ich kann... Kein Laserpoint da drauf machen. Ich gucke... Wäre echt cool, wenn man hier mal... Äh, noch ein Magazin findet. Ich muss jetzt mal durchladen. Wo ist meine Lucille hin? So, Lucille, mit Lucille kann jetzt nichts mehr passieren. Oh, der wird schon geballert. Wer ballert da? Die Zombies auf jeden Fall, ne. Warte, der Karton, der geht jetzt... Ich meine Home Run, ja? Boah, guckt mal, Leute. Der Hund, der Karton ist weg. Guckt mal. Wo seid ihr denn jetzt? Draußen? Home Run Ballert, würde ich sagen. Sollen wir ein Feuer machen an der Tonne? Wie so ein paar Penner? Und denn? Ähm, den Grillen war ihr Zombiefleich. Oh, lecker. Boah, ich bin direkt... Hab wieder direkt rotes Licht. Einmal irgendwo... ...kämpft schon vorbei. Ich glaube, wenn die mit ihrem Blut spritzen oder so, bist du auch irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, teilweise infiziert oder so. Ja, die kommen ja so nah, da kann man... Oh, rechts neben dir. Hoshi. Jetzt baller ich mal mit hier. Schnauze voll. Oh, da drüben ist ein... Giftonkel. Wo ist ein Giftonkel? Da drüben auf der anderen Seite. Okay, dann lassen wir den Giftonkel Giftonkel sein, ne? Na? Schatz, ich bin schon wieder leer. Ach, da war noch einer. Ja, ja. Ich konnte aber nicht mehr schießen, weil es so nah dran war. Shit, der lebt noch. Aber bevor ich jetzt einen Flutter mache, nehme ich mir noch mal... ...kann wir hier nicht einfach drunter herkriegen? Scheiße! Oh, beschiss. Ich würde da drüben herkommen. Wir müssen jetzt den Knopf drücken wahrscheinlich und dann geht's los hier, oder? Ja, aber zum... Ich sag schon. Generator. Oh, Gift-Typ? Oh. Boah, der gebraucht wieder auch. Kopfschlüsse ohne Ende. Oh. Wakt jetzt. Alles gut? Ja. Gut. Gerade ein bisschen in die Mauer reingebackt. Oh, jetzt aber. Action! So, mal leiser Generator, ne? Die könnte ich so bei mir ein Zimmer hinstellen. Boah, ist auch leiser, ist gut. Ne, doch nicht. Scheiße. Warte. Wo hinten lag das Ding, ne? Ja. Jetzt geh doch. Was liegt da? Na, das Teil, was wir brauchen für den Kasten. Müssen wir alles im Ding nehmen? Na, rein, wenn einer, aber nimm lieber Sicherheitshalber mit, wenn es geht, oder hast keinen Platz mehr. Ich müsste was wegnehmen. Nein, bohung ich nicht. So. Ich hab einen. Okay. Warte. Okay. Gut. Ich dachte, wir nachher doch zwei brauchen. So, dann kommen wir mal wieder zurück. Wartet. Ja. Ja. Seilm Weg, oder? Ja. Ja, würde ich sagen, ne? Ach, da unten graucht nur einer. Bleib ja da. Aber ein schöner Stirn, Himmel. Ja. Die Zombies jetzt nicht wehren. Ja, wäre pur Romantik, ne? Romantik, pur. Romantik. Die lassen wir mal in Ruhe, ne? Die sind... Ja. Die sind in der Überzahl. Das ist safe house. Was wieder in der Mülltonne, die ich unbedingt wegschießen muss. Oh. Läufer. Oh. Lucille ist weggebackt. Ja, meine ist auch weg. Läufer, äh, Läufer, sag ich schon hier. Polizisten. Uah. Ich bin direkt angeschlagen, ey. Krass. Ja, ich auch. Aber wo ist meine Lucille hin? Die war auf einmal weg. Ich hab keine Wunshilfe. Ich komm, ich komm. Oh, ist hier noch einer? Das ist noch ein Läufer. Oh. Von hinten. Das ist noch ein Kriecher. Bam. So. Safe house. Läufer. Oh. Alter, der Große kommt. Welcher Große? Nein, nein, nein. Sehr, sehr langsam, sehr langsam. Ich glaub, der folgt uns nicht. Weil der macht ja gerade anstalten, um loszugehen. Alter. Auf den hab ich jetzt gar keinen Bock. Boah, hier haben wir mit Air Conditionen. Das ist gut. Machen wir gleich direkt an, das Ding. Wir haben es halt geschafft. Yes. Entspurt. Das ist auch noch alles frei. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Bestimmt, die sind ja auch noch da. Ich hab das letzte Mal so gemacht. Ich hab mich reingeschlichen, die Tür aufgemacht. Dann bin ich da reingerannt. Dann kommt die ja nicht rein. Dann hab ich die von. Aber wir müssen jetzt mal, wir gehen hier rum rein. Aber wir müssen die Leute da jetzt wegkriegen. Ja. Scheiße. Ich sehe doch noch nichts. Ah, scheiße. Okay, ich versuch das Ding einzusetzen. Nein, das ist runtergefallen. Wie ist das runtergefallen? Was war die Scheiße? Nein. Ich kann das Ding nicht benutzen. Kannst du aufheben? Jetzt. Jetzt. Okay. So, und jetzt von anderer Seite wieder. Vorsicht. Das passt sehr perfekt. Achievement unlocked. Yippie. Die Pais hat auch mal freigeschaltet. Die nächste Mission. Oh, wo sind wir jetzt? Da, wo wir eben aufgehört haben. In dem Häuschen, glaube ich, ne? Ah, okay. In dem Büro quasi. Genau, genau. Ah, cool. Hier kann man jetzt auch wieder alles sich schnappen. Genau. Ja, dann passt das ja. Ja, dann würde ich sagen... Das passt eigentlich ganz gut. Dann kann ich das jetzt hier beenden. Kann ich Ali Harakirin machen? Nee. Ja, cool. Dann können wir das nächste Mal hier weitermachen, ne? Nee. Oh, du bist unverwundbar! Haben die das geändert? Kann man den anderen jetzt nicht mehr mit der Axt hauen? Warte mal. Du hast keine Axt drauf. Ach, ach. Na, super. Oder geht das nur, wenn die Mission gesch... Nee, ich kann jetzt hier... Weil vorher, du musstest ja immer aufpassen, wenn einer vor dir gelaufen ist, hat er die Axt in die Beine gekriegt. Was, wenn ich dir ins Bein schieße? Ja, das geht. Doch, doch, das geht. Ja, dann haben die das vielleicht umgeändert. Ist ja auch gefährlich, wenn du da richtig an rumstehst, einer fuchtelt da wild mit dem Ding rum. Ich glaube, ich spinne. Ich bin tot. Da geht der uns. Oh, was ein Schwein.